Wolfgang Amadeus Mozart an seine Schwester Wolfgang Amadeus Mozart an seine Schwester Wien, den 18. August 1784 Matré chère sœur Potsapament Jetzt ist es Zeit, dass ich schreibe, wenn ich will, dass dich mein Brief noch als eine Vestalin antreffen soll. Ein paar Tage später und weg ist's. Meine Frau und ich wünschen dir alles Glück und Vergnügen zu deiner Standesveränderung und bedauern nur von Herzen, dass wir nicht so glücklich sein können, bei deiner Vermählung gegenwärtig zu sein. Wir hoffen aber, dich künftiges Frühjahr ganz gewiss in Salzburg sowohl als in St. Gilden als Frau von Sonnenburg samt deinem Herrn Gemahl zu umarmen. Wir bedauern nun nichts mehr als unseren lieben Vater, welcher nun so ganz allein leben soll. Freilich bist du nicht weit von ihm entfernt und er kann öfters zu dir spazieren fahren, allein jetzt ist er wieder an das verfluchte Kapellhaus gebunden. Wenn ich aber an meines Vaters Stelle wäre, so würde ich es also machen. Ich bittete den Erzbischof nun, als einen Mann, der schon so lange gedient hat, mich in meine Ruhe zu setzen und nach erhaltener Pension ging ich zu meiner Tochter nach St. Gilden und lebte dort ruhig. Wollte der Erzbischof meine Bitte nicht eingehen, so begehrte ich meine Entlassung und ging zu meinem Sohne nach Wien und das ist, was ich dich hauptsächlich bitte, dass du dir Mühe geben möchtest, ihn dazu zu bereden. Und ich habe ihm heute in den Briefe an ihn schon das Nämliche geschrieben. Und nun schicke ich dir noch tausend gute Wünsche von Wien nach Salzburg, besonders, dass ihr beide so gut zusammenleben möchtet als wir zwei. Drum nimm von meinem poetischen Hirnkasten einen kleinen Rat an, denn höre nur. Du wirst im Ehestand viel erfahren, was dir ein halbes Rätsel war. Bald wirst du aus Erfahrung wissen, wie Eva einst hat handeln müssen, dass sie hernach den Kein gebar. Doch, Schwester, diese Ehestandspflichten wirst du von Herzen gern verrichten, denn glaube mir, sie sind nicht schwer. Doch jede Sache hat zwei Seiten, der Ehestand bringt zwar viele Freuden, allein auch Kummer bringet er. Drum, wenn dein Mann dir finstere Mienen, die du nicht glaubest zu verdienen, in seiner üblen Laune macht, so denke, das ist Männergrille und sag, Herr, es geschieht dein Wille, bei Tag und meiner in der Nacht. Applaus Applaus